Ich habe lange im Internet recherchiert, habe mir natürlich auch die vielen Empfehlungen der Patienten angeschaut und habe mich entschlossen, hierher zu fliegen. Ich habe also zwei Jahre zuvor schon begonnen, mich umzugucken. Ich habe so ein bisschen eine Zahnarzt-Odyssee hinter mir und bin da hierher geflogen. Ich habe die Menschen kennengelernt, habe Denderprime kennengelernt und es hat mich überzeugt. Da ich aus der Medizin komme, habe ich mir auch schon ein bisschen die Hygienestandards alles so angeschaut und es hat mich einfach überzeugt. Die menschliche Seite hat mich auch überzeugt. Mit einem sehr guten Gefühl gehe ich nach Hause, mit sehr viel Dankbarkeit Ihnen allen gegenüber und ich werde jedem in Deutschland sicher erzählen, dass es einfach wirklich richtig empfehlenswert ist, gut ist und dass man sich hier einfach aufgehoben fühlt, dass man es Vertrauen haben kann in alle. Ob das die Angebotserstellung ist, ob es die Rechnungsstellung ist, die Kosten sind wie abgesprochen geblieben, ob es die Behandlung ist, ob es die Ärzte sind, das Personal, die Arzthelferin oder wie man das bei euch auch nennt. Ja, es war alles irgendwie einfach nur positiv. Es gibt nichts, das ich nicht gut, also das bei mir nicht gut ankam. Ja, es war rundum einfach nur toll. Ich bin wirklich angenehm überrascht vom ersten Tag ab bis zum letzten Tag. Es war einfach richtig, richtig gut. Ich habe mich immer aufgehoben gefühlt. Ich habe mich gehört gefühlt und ja, habe es einfach ganz, ganz toll gefunden. Das Gesamtpaket passt und stimmt einfach.